ja hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play der World of Warcraft meine Crusade L2 jetzt Folge 20 mittlerweile so Wiederüberlebungsdiensteiger abgebunden ich hab auch schon ein bisschen verkauft hab auch wieder meinen Vorrat eingekauft joa hat er sich gerade so angeboten aber doch, nimmst du es direkt mit sehr gut, ja gut dann wollen wir einfach weiter an Quests gehen ja doch gut ich weiß nicht, wo er mich gekehrt wird oder so doch doch doch, das ist das ja allerdings führt uns richtig aus wenn wir uns mal proben ja warum das ist doch wohl das ja doch das ist wohl das ja das ist doch das ist 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 wir kennen ihn jetzt zu wir kennen ihn ja mittlerweile Schauen wir mal, was Tessen hinterher noch für sich geht. Da ist kein Programm. Vielleicht dachte ich, dass es so ein Bild ist oder so. Ja, es wird Spendung. Wollen wir den nicht auf jeden Fall nicht? Es wird nicht unbedingt sehr sehr Spendung. Jawohl. Ja, aber Mr. Krabs findet er weiter zu Spendung. Ich glaube, er hat direkt den Boss gepolt, quasi. Auch eine Klicht. Ich hätte den schon mal in der Tasche. Finde ich gut. Ja, geheißen einfach. Okay. Das ist der, glaube ich. Gut, da wäre schon ein bisschen aufgeräumt. Kannst du den? Hm. Die werden recht gut runter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss die mal weglaufen? Ja, das ist doof. Ich bin echt interessant. Wann ich einen Einbaucher? Ja, ich bin echt. Ja, ich bin echt. Jetzt habe ich gerade zum Zauberer Ich glaube hier wird der Krieger auch weglaufen So wie ich es bis jetzt darstellt laufen hier alle weg Jetzt kann der einzige Mana schon ziemlich abgegeben überlegen Ohne ich dass wir uns nicht in den Kampf nutzen können und eben anziehen wir haben ich habe keine besseren aber wir haben Menschen die wir anziehen können ich der Spinnkeepa weiter äh, volles Mann haben, wir brauchen nur Trinken. Ach, volles Leben haben, wir brauchen nur Trinken, so. Denk soll ich 500 Leben machen, aber... hat er mich nicht gemacht. Was ist denn? Ich muss die Achtung ankommen. Er sieht auch nicht so gut aus, weißt du? Ich muss nur noch einen Eindruck machen. Ich hab's aber auch nicht mehr geschafft, oder wie ich's nicht geschafft. Ich wollte ihm eigentlich noch Geld schicken, aber... Ja, wozu man alles, oder was man alles machen will, und wozu man wirklich kommt. Das funktioniert leider nicht immer so. Ich versuche jetzt ein bisschen spannender, wie man es dir. Das habe ich Philippe gesehen. Die Abweichung. Ich bitte. Einde. Das ist alles. Oh! Come on! So... Und er hat das auch Essen? Nein! Was mag er nicht? Pflanzen mag er nicht, aber... Brot, ne? Nee, verwöhnte Dinge eigentlich. Ah, noch mehr? Was ist hier? Geh ich mal... ...eineine... Oh... Ich glaube, ich hätte mein Brot kochen wollen. Hätte man auch gern Salz kochen wollen. Ich war eben auch mal gucken. Oh Gott, also in der Stadt da... ...einen Salz kochen. Ich weiß nicht gut, ob das Ding von Inji hergestellt werden konnte. Ich... Ich erinnere mich irgendwie an Stein Salz. Ähm... ...wenn man sich ja so komische Deutschrei, den man herstellen konnte. Als Ingenieur kann man das mal... ...aber... ...keinen Plan. Gut... ...gut... ...gut... ...jetzt habe ich die ganze Population hier ausgeprottet... ...ah... ...und da stehen immer noch ganz viele. Was ist doch mal was? Ich... die, ähm... ...ich fahl sie nicht mehr aufreden. ...sie da... ...da... ...hier... ...uha zuha... ...da... Das Gebiet scheint nicht groß zu sein, laut Beben. Ja, wo? Vielleicht da oben? Mal gucken. Wie viele Nachtwürfen hier? Ja, und tatsächlich. So, was kann man verringern? Okay, und dann kriegt es auch noch. Ja, nur mal gucken. Wen ist sich doch schon so anbietet, hm? Und sogar ein Jägerlehr. Was ist da los? Hallo. Viel Glück. Was führt euch hierher? Nee, aber überrascht. Hallo. Halt! Halt! Wie viel sein brauchen wir da rein, ne? Ja, das finde ich ja mal cool. Ha! Und ein Gruppenfreude. Ich mache das auch. Ja. Cool. So, wir werden endlich die Robe los. Ja! Fehlendet er aus. Haben wir noch? Nee, aber nicht mehr. Oh, cool. Endlich die Robe weg. Gucken wir doch mal die Jägerlehrer hier. Ja. Ja. Doch, das gibt's auch nicht. Seid gegrüßt. Ne Sekunde, kippt es. Kommt so. Hm. Naja. Na gut, ne? Da sind schon einige Sachen drin. Okay, das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Ich muss halt gucken, wie ich das einzeln würde. Weil ich weiß nicht so viel Kohle jetzt nicht. Ich war ja eigentlich Kohle geschickt damals. Wollte er ja anscheinend nicht. Okay, ein bisschen kann ich mir den kaufen. Ich weiß, kann ich mir nichts mehr kaufen. Nein, nein. Hier und stich. Hier. Da kommt mich mal unten. Hier, wo, wo. Hier, wo, wo. Oh, konnte ich mir reden, ich bin alone. Okay. Ganschmeine so teuer hier. Ach, so kann aber zwei Gold. Okay. So viel Kohle haben wir dann doch nicht. Erst mal ich mir die letzten sieben roten für Mr. Crips und hier ist die andere Kapille. Vielleicht sind hier mittlerweile auch wieder ein paar Kriegergedöns-Dinger da. Das finde ich ja cool. Ja. Okay, es geht endlich noch. Okay. Das war ja dann scheinlich nur, ähm... Na gut, das war ich nicht. Das war egal, man hat mich getroffen. Ich finde das so cool, dass ich jetzt, ähm, endlich meine Tuniker habe. Ich finde nur noch, ähm, weitere Waffen und, ähm... Das ist doch Waffen, ähm... Und Bogen. Mensch. Im Prinzip. Das ist doch Waffen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich merke auch mal aufs Raum, ne, und die wollen nicht so wirklich aus. Ich glaube, das geht jeder. Ich rieche schon mal auf. Ich rieche mal auf... Das war ja so, ich... Wahnsinn. So. Und das andere denkt, hm, der kann aber weit wiesen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So. Ich werde das mal testen. Okay. Früher, krass, jetzt mal jemand von dem Boss spielt. Ich möchte mir schon vorstellen, ich weiß, warum die Jäger so oft gepult haben. Weil die quasi immer dazu... Oder was weiß er, wahrscheinlich. Also, klick. Ups. Ich muss ja nur mit der falschen Taste mal anklicken. Das geht ja manchmal schneller, als man klicken kann. Gucken kann. So, dann haben wir das kleine Problem. So, dann stehe ich mich kurz in ein Eckchen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wieder. Dann soll ich dir sein. Und dann coolest ist...